Wer da drin ist geschlagen worden? Mach mal Applaus, wer geschlagen worden ist. Welches Wundersinn der Defekte im Kopf? Man legt an mir, hey. Wer ist nicht geschlagen worden? Für Missgeburten. Wer ist mit exotischem Lachen geschlagen worden? Bro, Teppichlopfer, Bambusstecken. Nein, exotische Sachen. Wer ist schon mal geschlagen worden? Keine Ahnung, Fernseher, Staubsauger. Wer, was ist ... Mit was bist du geschlagen worden? Gut, wenn ich dich so anschaue, war das Schweres. Nein, mit was bist du geschlagen worden? Dieses Holz Ding, wo? Ah, zum Teig machen? Tjua, Mann. Du hast wenigstens zurückgeschlagen. Tja, Mann. Die anderen, da ist ein Teig geschlagen worden. Ein Gipfel aus ihm gemacht. Wer ist sonst noch geschlagen worden? Mein Brennnessel. Du weisst schon, wir haben Kinderschutz in der Schweiz. Bro, hatten seine Eltern ein Meeting? Wie ficken wir unser Kind? Brennnesseln? Alter, was wir für Menschen da haben. Was noch? Chilischoten. Einfach Chilischoten auf die Zunge. Für ihn wäre das Belohnung gewesen. Also, mh, Süssigkeiten!